Mich hat erst jemand gefragt, was ich mir vorstelle, wenn ich das Wort «Kille» höre. Und vielleicht geht es doch gleich wie mir, dass du ein Gebäude siehst, ein Kreuz siehst oder sonst ein Symbol. Beim etwas mehr darüber nachdenken, kam mir diese Ferienwoche ins Einkommen. Ich glaube, «Kille» bedeutet Gemeinschaft, Beziehung, Zusammen sein. Ich freue mich darauf, zu erleben, wie 40 Gemeinden zusammenkommen, zu einer grossen Masse zusammen verschmelzen, Zeit haben miteinander und zusammen erleben, wie sie die Sehnsucht teilen, Jesus kennenzulernen, ihn zu begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen. Das begeistert mich. Das begeistert mich.